in der letzten folge haben wir vorpreise besiegt vorgelesen jetzt so und da sind die ganzen quests sind ganz viele aufträge und zwar Demo Messiahs Wache so vorpreise haben wir abgeschlossen erreiche Meister 1 HP Clear Aufstieg in Getus ab sprich mit Konsum in Getus in Getus so 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 also wir müssen jetzt in Getus 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 Ich würde sagen, ähm... Sagen wir machen erstmal und bevor wir da am Beilingen fest da weitermachen werden wir hier mehr gucken, ok? Sagen wir mal, wenn wir da am Beilingen feststellen können, wenn wir da am Beilingen feststellen können, auf gehts, mal Mutterzaun und würdeln, auf geht es um manchen und Foot gar im Innovationen feststellen können, wird keine Ausreden feststellen können, Aufschluss und Corruptus, den machen wir nur als nächstes in die nächste Mission. Schauen wir mal weiter. Und ich glaube wir müssen dafür die eine Quest, was ja noch gibt. Also gibt es sozusagen noch eine weitere Quest. Ja, dann nehme ich hintereinander auf. Ich lade aus und gerade ein Video zum Mal hoch. Ich gehe Corruptus, Auftrag auslöschen. Und dann nehme ich noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben eine Kühne, die wir hier sind. Okay. Was ist das? Das war's. Das war's für heute. So! Ah, das war die Action-Soup-Soup-Soup-Soup-Soup-Soup. Das war's. 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 Okay, so. There's another. Das war's. 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 And then. Okay. The enemy is at our doorstop. You must defend our equipment until reinforcements arrive. Das war's. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat er eine Geiste auf Neneo. Neneo hab ich. Ich würde sagen, wir machen jetzt, ähm, ich würde sagen, sie kommen immer weiter im Brett auf Neneo. Neneo muss ich einmal Tessera machen. Okay, auf Fossa. Das ist dann da. Okay, was wir jetzt in Baiterserre. Ja, ja, okay. 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 Fossa. Venus. Ich sage, ich mache das Spionase. Da komme ich. Weil ich habe mich jetzt so überlegt. Weil Tessera, da brauche ich immer eine bessere Waffe. Ja, aber ihr habt es gesehen. Ich bin ja gestorben mit der einen Waffe. Das ist der Punkt 1. Und. Und da steht, steht uns ja gerade auf Fossa. Fossa ist, ähm, hier. Muss man das da machen. Deswegen müssen wir einmal zu Fossa kommen. Linnea ist hier. Dazu müssen wir die Verteidigung-Mission machen. Deswegen machen wir jetzt, seit wir Folge, mit dem wir eigentlich schon mal gemacht haben, machen wir einmal auf Fossa den Weg zu Fossa. Deswegen machen wir immer hier unter Spionase-Korpus zu 4 bis 6. Das machen wir als Abschluss. Damit ich dann, die eine Mischung machen und die Verteidigungs-Mission, die mache ich dann erst, wenn ich eine bessere Waffe besitze. Weil, ihr habt es gesehen, ich bin ja gestorben, ja. Also da brauche ich eine bessere Waffe. Und die möchte ich jetzt einfach machen. Deswegen, jetzt seid ihr Spionase. Und dann, wenn ich das gemacht habe. Ja, da brauche ich unbedingt noch mal die, ähm, was ist denn, da müsste es gehen. Nicht so. Spionase. Weil mit dieser Waffe hätte ich die, wo ich sie getroffen habe. Was soll ich sehen? Ja, meine App. Ich weiß nicht, die Kriterien. Ich weiß, auch nicht. Ich weiß nicht, was erleebt. Ich weiß nicht, was er nicht hat. Ich weiß nicht, was er ist. Tano, be on the lookout for increased security measures. Tano, be on the lookout. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. You're nearing the console. Trigger the alarms now and they will start destroying the data. Das war's für heute. Alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. The data we retrieved will have to suffice. Get to the data, get to the data. Das war's. Das war's. Das ist das Trommelmagazin. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt jetzt hier die Folge. Ja, wir haben jetzt schon eine Stunde. Ähm, ja. Wie ihr sehen könnt, hier ist die eine Mission, die wir machen müssen. Ja, ähm, nicht schaffbar. Da holen wir die Verstärkung. Ja, mal schauen. Ist abgeschlossen. Wir können jetzt eine Ausgrabung, wir können jetzt ein Fosser machen. Ja, wir können jetzt ein Fosser machen. Ja, wir können jetzt ein Fosser machen. Ja, genau. Ich würde sagen, ich beende jetzt jetzt hier die Folge, die wieder geht's noch eine Stunde. Operator, I've run diagnostic progressions. All systems nominal. You don't need to thank me. All models accounted for, Operator. I have not taken any. Auf jeden Fall. Ähm. Ich muss auch die Verteidigung da noch machen. Dann komm ich erst... Oder muss die Verteidigung nicht machen? Doch muss sie machen, ich muss sie machen. Deshalb. Ähm. Ähm. Und jetzt, ich muss sie machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Frage ist jetzt ja nun, also da muss ich wie gesagt mal herausfinden, wie gesagt ich muss, da werde ich mit den Jungs machen, ich weiß nicht genau wie ich das machen werde damit hier verteidigen müssen und wir müssen deswegen es da machen, um hier um die Merkurbrücke zu machen, die hat 10 Wellen abschließen und den Schakal auf Forza Venus, also roter, wir haben aber sehr viele Schenken auf Forza Venus. und Das auf Vossa können wir machen, das ist, also das auf Vossa können wir machen. Das heißt, wir müssen, also ich sage, wir werden dann, eigentlich ist dann Venera. Also, eins steht jetzt mal fest, wir müssen jetzt den Chakar auf Vossa Venus besiegen, das können wir machen. Dann, ob wir jetzt hier einzelne Verteidigungen auf Tessera, da bin ich ja, wie gesagt, gescheitert, da müssen wir, so wie ich den machen werde, da müssen wir überlegen, wie der Rettangeist auf Linea Venus können wir machen, weil, auf Linea Venus, also Linea ist, hier können wir nicht machen. Da müssen wir den mit Tessera machen. Dann bisschen Chakar auf Vossa Venus können wir machen, weil, wir müssen erst, ähm, Gefangennahme, dann Kliniken, eine von beiden, dann sollten wir das frei, dann kommen wir zu Vossa. Also, den mit Vossa können wir machen, aber, der eine, aber wir sehen, wenn ein einzelner Verteidigungen auf Tessera, oder Venus. Wie soll ich das schaffen? Ihr habt's gesehen, ich bin ja gestorben da. Und da seht, du für 3 bis 8. Auf jeden Fall, ich muss irgendwie herausfinden, auf jeden Fall, wie gesagt, was immer mit Warframe. Wir sehen uns dann in der kommenden Folge, da werde ich, warum wir dann die nächsten nicht hören. Also, euer Crazy Smith sagt nun Tschau.